Herzlich Willkommen zurück zu Shadowbuck, dem Bösesten aller Bösen Plattformermuntern, weil ich einfach den Bosskling da nicht besiege. Der hat's nämlich in sich. Der ist fies. Wir haben einiges rausgefunden, das stimmt mir schon mal froh, aber... Mir schwand jetzt schon Übles wieder für diese Folge. Der ist echt, echt fies. Das ist ein fieser Sarg. Ich sag's euch. Und, äh, hoch da. Und ich hoffe, dass wir ihn jetzt aber bald mal packen. Dann komm. Also, ich hab jetzt keine große Pause gehabt, hab direkt weiter die nächste Aufnahme gemacht, da wir gerade so schön drinnen sind. Und, ja. Und ihn hoffentlich jetzt packen. Bevor meine Lust auf Null sinkt. So, nach dem geht's hier rüber. Und zwar flott. Zack. Boah, ist das ein knappes Ding. Gravum. Dann einmal die Mitte. Und jetzt geht's hier rüber. Eins. Zwei. Keine Ahnung, wie viele da sind. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Wow. Wow. Hat er mich aufgefressen da unten. So ein Mist. Der Part ist echt schwer, der Zweite. Der ist knifflig. Äh, Vorsicht. Okay. Das ist schon mal safe. Dieses fiese Roboterwesen. Schon seine Grimasse da sehe. Okay. Und jetzt Nummero sieben und ab da rüber. Egal, was da jetzt kommt. Ja, verfolgt mich natürlich. So, da darf ich nicht drauf stehen. Doch, darf ich. So, und jetzt muss ich abwarten. Und ihn mitnehmen. So, und jetzt muss ich aufpassen. Jetzt gibt's nämlich übles Kasala wieder. Genau. Jetzt gibt's nochmal übel Kasala. Genau. Jetzt geht er in die Richtung. Oh, ich hab schon wieder Herzrasen. Ist das spannend. Ein spannendes Spiel. So, jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaub, wir springen jetzt schon. Nein! Nein! Ich darf da nicht nochmal springen, oder? Ah, ich glaub, wir sind genau an derselben Stelle gestorben. Ich glaub, wir sind genau an derselben Stelle im letzten Spiel gestorben. Also, weiter sind wir noch nie gekommen. Und ich hoffe, dass er... Oh, oh, oh. Das war zu nah dran. Ich hoffe, dass er... Danach nicht noch irgendwie noch einen zusätzlichen Punkt aushält. Aber ich glaub, das war's dann. Aber wer weiß, ne? Wer weiß. Die fiesen Programmierer. Okay, Runde 6.333.000. Auf geht's! Vernichtung! Dem Bösen! I'm the Shadowbug! Ja... Okay, der hier ist das, ne? Der hier ist das, glaub ich. Wupp! Da haben wir ein bisschen mehr Zeit irgendwie als bei dem... Bei dem Zweiten. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaub, beim... Äh, oder beim Dritten eher ist es ja. Ich glaub, da können wir beim Dritten nicht an der Stelle jammen. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin mir da einfach nicht sicher. Das Blöde ist, dass wir so einen langen Weg haben, um da wieder an die Stelle zu kommen. Das ist... Oh, scheiße. Ich muss höher! Ich muss höher! Ich muss höher! Das war's! Ich hab verkackt! Ne, ich hab nicht verkackt! Ich hab's geschafft! Yeah, man! Ninja Power! Stalls Attack! Wow! Yay! Juhu! Jabadabadu! Und den noch! Und den geb ich dir auch noch! Yay! Das war hervorragend! Awesome shit! Ja, ja, komm, komm! Zack! Und direkt nochmal abwarten. Da ist er! Okay, in die Richtung. Stunde der Wahrheit wieder mal. Lass es mich packen! Lass es mich packen! Lass es mich packen! Es kann auch sein, dass ich in die andere Richtung muss. Ich weiß es nicht. Nein, nein! Ich hab gedrückt! Ich hab gedrückt! Ach, scheiße. Jetzt bin ich schon hier drin. Ähm, ich hab gedrückt, aber er hat's nicht gemacht. Er hat's nicht gemacht. Ich wollte den nochmal anhauen. Ich glaub, ich komm da nicht rum. Ich glaub, ich komm da nicht rum. Das ist blöd. Äh, ich hab ein Problem. Wui, das war knapp. Das war auch knapp. Fast in den Strahl reingehopst wieder. Ah, ich, äh, ich mag dich nicht mehr sehen. Ich sag's ganz ehrlich. Ich, ich bin nach dem Video mal wieder durch mit dir. Wehe, das klappt jetzt nicht. Ja, und jetzt, der, der, der ist es. Der ist es. Uh, das war schon wieder knapp. Yep. Und das ist es. Es muss knapp sein. Darum weiß ich nicht, ob ich da irgendwie versuchen sollte, vorbeizukommen an der Stelle. Keine Ahnung. Ja, was hier auch seltsam ist, dass ich hier so einen Wechsel hab. Ich weiß ja nicht, kann ich vielleicht direkt beim Letzten bleiben? Keine Ahnung. Weil ich ja irgendwie dann auf den hier wechsle auf einmal. Weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall scheint's ja halbwegs zu klappen. Kommst du denn her? Genau, geh in die andere Richtung. Nicht hier rüber. Was ist jetzt passiert? Ich war auf dem... Ich hab gar nicht auf die Hand geguckt. Ich war auf den oben am Wachten. War ich zu weit links? Da ist jetzt was passiert, was wir noch nicht hatten. Fieses Ding. Hm? Ich hab hier in den Strahl reingesprungen, zu früh gejumpt. Ich hab hier in den Strahl reingesprungen. Das kann sein. Das gibt's doch nicht! Was mach ich denn da? So. Bisschen länger warten. Okay, Runde 10 Trillionen, keine Ahnung. Ja, das wird sein. Ich war zu weit links. Ärgerlich, ärgerlich. Und wieder so weit gekommen und dann so ein Mist. So, nach dem. Shit, zu lang gebraucht, zu lang gebraucht. Habt ihr das gesehen? Zu lang gebraucht und es war schon so absehbar. Da war es mir eigentlich schon klar, weil der Sprung nicht richtig geklappt hat, dass es vorbei ist. Ich weiß gar nicht, wie spannend das für euch rüberkommt, aber für mich ist das nervend aufreibend. So ein fieser Scheiß. Und teilweise auch, ganz ehrlich, frustrierend, mich so lange hier beim Bossgegner rumzuhängen. Das ist wie meine Kindheit, bloß, dass ich die Cordonance bewahre und nicht den Controller gegen die Wand wirfe. Und einen Schreianfall habe. Der kommt erst, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Nee, nee, geht nicht. Doch, der schlägt. So, jetzt. Und rüber da, rüber da, rüber da. Du Scheißteil. So, nicht so weit links. Achso, du kommst sowieso von rechts. Das ist ein späterer Abschnitt. So, jetzt die Mitte. Ja, und jetzt hier rüber. Und dann irgendwie einen Seitenwechsel irgendwann gleich. Erstmal weiter. So, gehen wir ruhig mal zu dem, warum nicht? Zack. Ja. Okay, wir sind ganz links. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Noch? Wir dürfen nur nicht zu weit links. Das ist wohl irgendwie ein Problem. Fuck it. Das war knapp. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil, Mann. Lass es das Ende sein. Ich habe Schiss. Nein, was ist das für eine Kugel? Ich gehe da nicht hin. Ich muss da wohl hin. Muss ich da hin? Ich habe Schiss. Okay, ich komme mal näher. Ja, dicke tausend Punkte. Oh, Inferno. Ninja Style. Trink, trink. Oh, oh, oh. Das war nicht das Ende. Ah, nee. Mitarbeiter. Ha, ha, ha. Ja, die Entwickler tun wir natürlich auch noch ehren. Oh, you are so great developers. I hate you for this Megaboss. Da stürzt die Fabrik, die Roboterfabrik ein. Nieder mit der Umweltverschmutzung. Alle macht den Käfer an. Herzlichen Glückwunsch. Thank you. Ja, äh, cooles Spiel. Awesome game. Right, 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 right. Oh, was kommt da? Plopp. Ach, da bist'n du. Bad. I hate you for the Megaboss. And I love you for this awesome game. Wah, oh, Grafiken, Grafiken. Supergeil, Grafiken. Sahen total geil aus. Ton vollkommen in Ordnung. Schöne Soundeffekte. Tolle, tolle Musik im Hintergrund. Hier noch jede Menge zusätzlich. Schönes Gefeife. Wui. Nee, das Spiel ist super. Wie gesagt, Grafik geil, Gameplay geil. Hoher Schwierigkeitsgrad in den späteren Arealen. Immer am Anfang viel zu einfach. Ähm, ein cooles, cooles Spiel, kann ich einfach nur sagen. Wer ein paar Euronen hat, anstatt sich irgendwie einen Burger oder sowas und einen Kaffee holen will und ein nettes Spiel haben will für zwischendurch, ich glaube, das ist genau das Ding. Besonders, wenn man herausforderndere Sachen mag, weil in den letzten Leveln, wie gesagt, da waren einige, die waren nicht ohne gewesen. So, jetzt können wir alles noch einzeln auswählen und können versuchen, überall drei Sterne zu kriegen. Ach, ich hab zu lange gebraucht, oder was? Toll, zwei Sterne da nur. Aber wenigstens hier bei Endsequence, alle drei Sterne, geil. Äh, ja, wie gesagt, da könnte man auch noch hingehen, könnte alles mit drei Sternen, Ninja-Sternen holen, wenn man wollte. Ihr seht, ich hab fast immer nur zwei gehabt, manchmal mit drei. Aber meistens waren es nur zwei gewesen. Es hat eigentlich fast immer an der Zeit gescheitert gehabt. Man muss schneller sein. Aber ein cooles Spiel. 36 nette Level. Schönes, schönes Indie-Game. Bin gespannt, ob da irgendwie noch was weiteres demnächst oder in den nächsten Jahren kommen wird. Wir behalten die mal im Auge. Bis demnächst, euer Chojin. 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 Amen.